Hallo YouTuber und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Wir machen weiter in unserer neuen iPhone-Reihe und diesmal schnappen wir uns jetzt das absolute Basis-iPhone. Das iPhone 11 in der 64 GB Speicherversion kostet 800 Euro. Das ist der günstigste Einstieg dieses Jahr in die Apple-iPhone-Generation. Und das kann man ja auch direkt sagen, die Unterschiede, es gibt Unterschiede, es gibt Unterschiede in der Größe, es gibt Unterschiede in der Anzahl der Kamera, beim normalen iPhone müsst ihr auf die zweifach optische Zoom-Linse verzichten, Weitwinkel bekommt ihr aber und ihr habt kein super schönes, knackiges OLED-Display, sondern ihr habt noch einen alten LCD-Screen mit auch einer geringeren Auflösung. Trotzdem ist es nach wie vor Retina, 326 ppi. Natürlich kann man sich darüber schreiten, ob das zeitgemäß ist, das sowas heutzutage auch noch zu verbauen. So, ich habe hier die Farbe grün, wobei so richtig grün ist es nicht. Es ist genauso grün, wie wo es grün auch nicht richtig grün ist. So, wir gucken es uns an. Schön ist aber, bei den normalen 11ern ist die Verpackung weiß. iPhone-Schriftzug und Apple-Logo sind dann auch in iPhone-Farbe gehalten. Und natürlich, das ist ja auch hier wieder das Schöne, auf den Geräten sind natürlich wieder die Geräte genauso groß abgedruckt, wie sie dann in Natura sind. Das kann man dann auch wieder so schön sehen. Und vor allem fällt dann auf, das normale iPhone ist 6,1 Zoll groß und liegt damit genau zwischen den Pros von der Größe her. So, jetzt aber. Wir suchen uns die Lasche da unten. Und einmal ziehen, zweimal ziehen und hinfort mit dir. Jetzt schüttel, schüttel, schüttel und da seht ihr es schon. Ach ja, und jetzt, nur das wirst du jetzt gerade haben, dieses Video. Es wird so langsam, guckt mal hier, wir haben jetzt schon halb sieben, es wird so langsam dunkel draußen. Die Lichtbedingungen sind nicht mehr ganz so ideal. Das mache ich jetzt aus bewusstem Grund, filme ich dieses Video mit dem iPhone XS oder XS Max. Dem iPhone, dem ja auch die letzten Monate viele Videos entstanden sind. Und das nächste Video, auch zum iPhone 11, filme ich dann mit dem 11 Pro Max. Allein um da zu sehen, ob sich jetzt wirklich bei der Videoqualität auch bei schlechteren Lichtbedingungen, damit wo Apple ja eigentlich auch geworben hat, was getan hat. Das nur kurz zur Einordnung. So, also Hülle weg. Da haben wir das gute Elfer. Und so viel, nein, ich sage noch zum Preis was. Weil Apple ja da die XR, also den Vorgänger nach wie vor verkauft. Ich sage sofort, die 100 Euro Aufpreis würde ich schon zahlen. 100 Euro ist sowieso immer der Preisunterschied, den man früher immer bei den iPhone-Generationen hatte. Das sind auch ungefähr die Pi mal Daumen 100 Euro, die es beim Wiederverkauf dann immer noch gibt. So ganz grob gesagt. Hier habe ich aber auch dann nochmal den Vorteil, ein Jahr längere Updates. Und für die 100 Euro kriege ich halt das hoffentlich deutlichere Kamera-Upgrade. Und nochmal den deutlich, oder wie jedes Jahr eigentlich, das Prozessor-Upgrade. Das nur so noch direkt vorweg hinterher geschoben. Weil die Frage auch sehr oft kommt, oder ich sie heute auch im Apple Store wieder gehört habe. Gucken wir mal, ob wenigstens beim iPhone 11 dann grüne Apple-Sticker dabei sind. Nein, auch hier sind weiße dabei. Auch hier ist ein SIM-Karten-Tool dabei. Und auch hier ist wieder so eine Schnellstart-Anleitung dabei. Nicht in der iPhone-Farbe. Aber auch hier erklärt es einmal, wo sind die Tasten, wo schließe ich Kabel an und wie wische ich auf so einem Gerät ein bisschen rumherum. Und jetzt kommt die große Enttäuschung. Für 800 Euro, anders als bei den Pros, liegt dem 11er noch ein 5-Watt-Netzteil mit. Unser Standard-Apple-Watt-Netzteil mit USB-Anschluss, also normalem USB-A. 5 Volt 1 Ampere, 5 Watt halt. Und es dauert. Also ich meine, hier ist der Akku ja auch Pi mal Daumen 3000 mAh. Wenn man die Dinger natürlich über Nacht auflädt, dann ist ja eigentlich auch egal. Also über Nacht am Kabel. Aber ein bisschen schade ist es schon. Gerade für 800 Euro. Dafür gibt es aber auch Kopfhörer, nach wie vor kabelgebunden. Kabelgebunden Kopfhörer mit Lightning-Anschluss. Nichts USB-C. Entschuldigung für den Versprecher beim ersten Unboxing-Video. Wir haben hier nach wie vor einen Lightning-Anschluss. Mein Tipp ist ja, USB-C bei Airphones gibt es erst nächstes Jahr. USB-A auf USB-C-Kabel zum Laden und für den Datenaustausch liegt auch noch bei. Und das war es dann schon. Mehr gibt es nicht. Kein Klinker-Adapter, wenn man noch Kopfhörer mit Klinken-Anschluss hat. Oder irgendwas im Case oder sowas. Das könnt ihr euch für 60 Euro bei Apple dazukaufen. So, auf der Rückseite unsere beiden Kameras, die natürlich auch wieder rausstehen. Und auch wieder so dieses Plastik-Plättchen. Es ist aber schön glänzend. Während die Pros, oder zumindest das Pro Max, aber das normale Pro ja auch, Mac daherkommt, sind jetzt die normalen 11er in glänzend gehalten. So, und vor allem dieses Grün. Es ist ja nicht wirklich Grün. Es geht so in die Minz-Richtung. Gucken wir mal ganz oben. Wobei, ziehen wir mal die Folie ab. Und ja, auch hier auf dieser Folie steht jetzt nur Apples Anschrift drauf, falls ihr es zurückschicken wollt. So, und jetzt einmal ziehen. Der erotischste Moment hier des iPhone-Unboxings. Ah, kaum irgendwo ist Folie abziehen immer so schön wie auf dem iPhone. Und das ist dann auch genau der richtige Reibungswiderstand beim... Ah, Knüppel. Ich finde es einfach schön. So, gehen wir ums Gerät rum. Unten Nano-SIM-Kartenanschluss auf der rechten Seite. An- und Aus-Taste auch rechts. Komme ich bequem mit dem Daumen rechts dran. Zeigefinger liegt genau auf dem Leiser-Taste. Laut komme ich so gerade ran, um mich zu verrenken. Mute-Switch muss man umgreifen. Als Linkshänder komme ich an beide so gerade... Ja doch, guck mal hier. Komme ich bequem dran an die beiden Lautstärke-Tasten. Und an und aus, ja so gerade. So, dann ein Tendenstreifen. Oben nichts. Nada. Wieder ein Tendenstreifen. Unsere Tasten hatten wir ja gerade. Und unten dann Mikrofon, Lightning und Lautsprecher. So, und das war's. Und auf der Rückseite, wie gesagt, die Kameras. Das glänzende Apfel-Logo. Und mal gucken, wie kippelt das hier, wenn ich tippe. Oh doch, guck mal hier. Anders als bei Max, das natürlich noch durch seine Diagonale noch mal mehr abfedern kann. Wobei, das wackelt auch so ein bisschen. Ist mir eben gar nicht so aufgefallen. Krass, guck mal, wackelt auch beim Max. Also, das wackelt genauso, wenn man darauf mit tippen sollte. Aber, ich bin natürlich gespannt. 800 Euro ist auch eine Stange echt viel Geld. Muss man mal gucken. Aber ich glaube auch, für viele da draußen ist das ein echt schöner Allrounder. Wenn es doch nur noch mal ein schöneres, noch mal ein schöneres Display hätte. Also, dieses Jahr hätte auch das iPhone 11 eigentlich das OLED-Display verdient. Sie hätten ja trotzdem irgendwie Kameraabstriche machen können oder irgendwas. Oder dieses Design beibehalten können. Finde ich ein bisschen schade. Aber, so, das war's jetzt. Das war das Unboxing. Gefilmt mit dem iPhone XS Max. Cut. Und dann gucken wir mal, wie sich beim Einrichten das X11 Pro Max schlägt. Was für ein Name. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.